Hi Leute, ich bin gerade in Roblox Brookhaven und ich laufe gerade, keine Ahnung, laufe ich? Warte, ich brauche noch ein Skateboard, ja, so, wir gehen dann mal hoch. Hier, laufe ich, ich mache mir ein Haus. Aus eines habe ich, welches Haus habe ich genommen. Ich bin gerade in der Mitte. Ich bin gerade in der Mitte. Ich bin gerade in der Mitte, ich bin gerade in der Mitte. Oh hier ist das. Das ist hier. Was ist hier? Was? Oh! 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 Was ich da bitte macht? Hm. Ja, ein Tanz. Wie! Oh, ich war gerade verletzt. Egal. Ich geh mal hoch. Oh! Oh! Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Da. Da, ja. Das ist so schön. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Das ist so schön. Oh! 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 Irgendwo vielleicht raus! Warum habe ich mich gerade hingesetzt? Egal. Nein, warum immer denselben? Ich bin den Weg im Adios. Teleportiere ich doch mal raus. Hier. Wie ich war. Ich war glücklich. Ich war glücklich. Oh, keine Ahnung, hier raus, mit dem, eigentlich, eindruckt das nicht aus, ja hier ganz nah dran. Ein Skateboard, das bin ich aber, ich sag's trotzdem. Ja, ich wollte irgendwie bei den Lichtern, damit's bisschen hell ist. Ui, erst mal spüren. Polizei, natürlich. Ja, endlich. Ach, wo soll ich mal in den Lichtern gehen? Okay. Ja, endlich. Soll ich gut. Welche soll ich sagen? Wie diese, ich fand diese weißen und schönsten, aber ich weiß nicht. Ich lass die lieber. Oh, die macht mich. Oh, mein Gott. Wie ist das? 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 Ich bin doch nur raus. Hier so sieht das Herz drin aus. Vielleicht können wir dieses Neue, keine Ahnung, werfen. Ich bin doch nicht! Ich bin doch nicht so, sollen wir nicht sein. Das ist ein Painter. Das ist so, warum gibt es nicht so schwer. Und natürlich hier. 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 Okay, juice later.